Jazz ist meistens blau, Techno ist meistens blau oder grün und die Klassik ist oft eher weiß-rot. Ich bin Lea Jade, ich wohne seit ca. 16 Jahren in München, bin hier auch seit 11 Jahren Künstlerin, freiberuflich Komponistin, Musikerin, insbesondere Synesthetin. Synesthesie verbindet letztendlich zwei Sinne. Das kann z.B. wie bei mir sein, Klang und Farbe oder auch Zahl und Farbe und ich höre eben Klänge in Farben. Bei mir äußert sich die Synesthesie, dass ich die Farbe wahrnehme innerlich, wie eine Art Erinnerung. Wenn man sich an etwas erinnert, dann sieht man das hinten, das ist bei mir auch der Fall, nicht vorne. Ich habe das dann explizit ausprobiert, was höre ich bei Regentropfen, was höre ich, wenn Menschen sich unterhalten und habe das dann für mich irgendwie realisiert, im Vergleich zum Gespräch mit anderen, dass sie das nicht haben. Ich stehe morgens auf und überlege mir, worauf habe ich Lust. Manchmal ist es die Lust, an Flügel zu gehen und zu komponieren. Manchmal ist es auch so, dass ich spüre, ich habe jetzt Lust auf Bewegung und dann gehe ich ins Atelier und drücke meine Emotionen und die Klänge, die ich höre, in Form von Bewegung und Farbe aus. Die tiefen Bereiche auf dem Klavier sind oft eben in diesem Blau-Bereich, die Übergänge mehr so Bronze und die hohen Töne Rosé und es wird dann noch weiter Orange-Rot, je nachdem, wie hoch ich ihn sozusagen spiele. Je mehr Überlagerungen ich wahrnehme, desto weißer wird es. Das Stück heißt Silencio Espressivo und ich finde, man sieht dem Stück auch an, dass es auf der einen Seite diese Stille transportiert, aber auch mit einem gewissen Ausdruck, also mit dieser Expressivität. Nicht-Synästhetiker können meine Gemälde auf einer anderen Ebene verstehen, würde ich sagen. Und ich finde es gerade besonders, dass Menschen, die diese Gabe nicht haben, die Bilder aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachten. Und was ich total spannend finde, ist, Menschen kommen in die Ausstellung und sagen, boah, das Bild ist toll und sobald sie die Musik hören, kriegen sie oft überhaupt keinen Bezug mehr. Oder genau umgekehrt. Ich kann jetzt mit dem Bild nicht so viel anfangen, aber jetzt mit der Musik, wow. Und das ist für mich total spannend, das zu erleben. Für meine Kunstwerke wähle ich die Musik letztendlich nach meiner Empfindung, nach meiner Lust. Welche Stücke ich schön finde, welche mir am Herzen liegen. Oder es ist tatsächlich so, dass ich einfach dann ein Auftragswerk bekomme, dass dann Leute auf mich zukommen und sagen, ich hätte ganz gerne in meinem Schlafzimmer das Stück, wo ich meine Freundin kennengelernt habe. Das ist unser Stück. Und dann setze ich das um. Meistens mache ich mir nur Tätzen. Also ich höre das Stück erstmal durch, lasse das Stück wirken und versuche festzuhalten, welche Farben ich in dem Bild sehe. Und genau, fokussiere mich dann auf die einzelnen Aspekte. Der zweite Weg ist, dass ich mich total leiten lasse von der Musik. Dass ich überhaupt mir keine Gedanken vorher mache im Vorfeld, sondern einfach die Malerrolle nehme. Und dass ich dann wirklich das, was in dem Moment kommt, umsetze. Ich greife dann ins Regal, nehme die Farbe und dann geht's los. Das Bild entsteht wie ein Film, der vor meinem Auge abläuft. Also ich habe quasi ein Musikstück. Und wenn ich anfange, dann ist das wie, als würde ich eine Lupe von weit weg immer mehr ranzoomen. Ich habe einen Gesamteindruck. Und durch die Konzentration auf bestimmte Aspekte nehme ich die Lupe auf einzelne Bereiche und setze das dann in Farben um. Und das ist eben total spannend, weil das letztendlich auch eine Zeitlichkeit dann im Bild birgt. Ich habe auch mehrmals die Erfahrung gemacht, dass ein Bild entsteht und ich habe wirklich den Eindruck, das habe nicht ich gemalt. Es ist wie etwas, das durch mich durchfließt. Und das ist für mich immer ein großes Geschenk, weil ich am Anfang nie weiß, was am Ende dann rüberkommt. Indem ich Geräusche höre, die mich umgeben, sehe ich auch Farben. Deswegen nehme ich das auch im Alltag warm. Sprich, wenn ich rausgehe, ich höre Kinder kreische oder höre die Blätter fallen, dann ist das genauso wie im Atelier, letztendlich bei Musik hören. Ohne die Synesthesie wäre ich vermutlich auch Künstlerin geworden. Aber die Synesthesie hat mir den Weg geebnet und es mir sehr leicht gemacht, meinen Weg zu finden. Weil ich jahrelang überlegt habe, werde ich Musikerin, werde ich Komponistin oder Malerin. Und dann war es wie auf einem Silbertablett, das zu verbinden. Ein Leben ohne Synesthesie ist für mich eigentlich gar nicht vorstellbar, weil es so ist, als würde man einen Sinn wegstreichen. Also wenn man blind auf die Welt gekommen ist, kann man sich nicht vorstellen, wie es ist zu sehen. Aber umgekehrt ist es auch schwierig, sich das wegzudenken. Und für mich ist die Synesthesie ein Riesengeschenk, weil ich natürlich ganz andere Mittel habe, mich auszudrücken. Und deswegen würde mir das schon fehlen, wenn es nicht da wäre. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!